Hi Hi und herzlich willkommen zu meiner ersten YouTube Premiere. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist das? Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich es das erste Mal gesehen habe. Die YouTube Premieren sind dafür da, dass ich heute ein Video aufnehme und ihr das morgen als eine Art Livestream angezeigt bekommt. Ihr könnt dann auch nicht vorspulen, sondern das ist versetzt. Also von daher, ja, ich versuche euch jetzt nochmal ein paar Informationen für die nächsten paar Videos, paar Wochen zu geben. Ich drehe morgen auf einem Event, sprich wahrscheinlich wird dieses Event dann auch auf meinem Kanal erscheinen. Also vielleicht, vielleicht nicht. Die YouTube Premiere nehme ich ab sofort als normaler Upload, sprich ihr bekommt jedes Video als YouTube Premiere. Natürlich könnt ihr euch das dann auch danach anschauen. Das wird euch dann ganz normal als Video angezeigt und nicht als Premiere. Obwohl es ja eigentlich eine Premiere ist, aber ihr wisst, was los ist. Und ich bedanke mich jetzt schon mal für die neuen Abonnenten. Ich habe nämlich gesehen, dass ich jetzt ein paar neue Abonnenten dazu bekommen habe. Aber mir werden ja nicht mehr alle angezeigt. Ich habe ja die Funktion ausgeschaltet, weil das irgendwie nicht wirklich wichtig ist für einen YouTuber, wie viele Abonnenten er oder sie oder es hat. Mit es meine ich die Hunde oder so. Es gibt ja so Hunde-Channels und sowas. Ihr wisst Bescheid. Ja, spammt ordentlich den Chat voll. Ich kann das jetzt ja live nicht sehen. Also von daher, also ich kann es live sehen, aber nicht währenddessen ich es aufnehme. Also kann ich euch jetzt leider keine Fragen beantworten, außer natürlich im Chat. Ich bin dann natürlich auch wie immer dabei. Und ich werde auch zukünftig dann in dem Chat dabei sein, um eure Kommentare zu lesen. Und wenn genug da ist, kann ich auch mal Kommentare kommentieren. In einem dafür extra Video. Also spammt ordentlich die Kommentare zu. Und wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal.